Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen zu Alman Arabica, dem Alman Arabica Massaker Kalender, wo jeden Tag eine Folge rauskommt, von der wir beide nicht wissen, was genau passiert. Ja, das ist auch, wo man sich jeden Tag unsicherer wird, über was passiert und ich sag's jetzt schon mal, dieser Podcast ist spoilerfrei, also zumindest was Cyberpunk angeht, den Rest spoilern wir schon. Also ansonsten spoilern wir alles, aber wir spoilern nur keinen Cyberpunk, weil die Leute wünschen sich, dass man das sagt. Dass man keinen Cyberpunk spoilert? Richtig, weil ansonsten trauen die sich nicht zu hören. Was? Ist das mittlerweile schon so schlimm? Ich hab Privatnachrichtung gekriegt, wo drinsteht, spoilert ihr im Podcast Cyberpunk? Hä? Weil das eine ernst gemeinte, wichtige Frage war auch, möchte ich auf User-Feedback eingehen und sagen, diese Episode ist spoilerfrei. Des Weiteren möchte ich auf Feedback eingehen, auf Kritik, die uns entgegengeworfen worden ist von einer Person, ich hab den Namen jetzt nicht vergessen, ist aber auch jemand, der auch auf twitch.tv streamt und der hat geschrieben, ja Bruder, da habt ihr aber wieder eine ganz schön lange Episode rausgehauen. Und das finde ich, diesen ironischen Unterton da entgegenzuwerfen, wenn wir mal eine 40-minütige Episode rausbringen, ist aber auch schon unangebracht. Alter, das war die beste Folge, die wir je rausgebracht haben. Wir haben in den letzten 12 Tagen über 12 Stunden Podcast gemacht. So, dann gönnt uns doch mal diesen Morgen. Ja, darum hören wir jetzt auch direkt auf, einfach aus Protest. Du sagst jetzt einfach den Namen, dann schickt man da so einen Hass-Mob hin und dann machen wir jetzt nach drei Minuten aus, der soll mal gucken, wo er lang guckt. Richtig, ab 22.01. gelten nämlich erst die neuen Harassment-Regeln. Bislang, jetzt können wir noch machen, was wir wollen. Hahaha. Genau. Hahaha. Hihi. Weiß man nicht gar nicht, was passiert hier. Äh, 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 Legendplayer5. Ja? Da weiß man nicht, was passiert. Scheiße, wenn es jetzt wirklich diesen Account gibt, ne? Hey, was passiert über den Chat? Legendplayer5. Fünf. Fünf. Gibt es? Ah, fuck. Wie Memo, scheint aber, scheint aber, oh, keine Follower. Keine? Äh. Ja, einfach mal tausend Follows voll machen, damit er sich fühlt wie Splatterman. Achso, auf Twitter meine ich. Ist das ehrlich? Ich weiß nicht, ob auf Twitch, dachte ich. Auf Twitch würde es den auch geben, Legendplayer5. Ist eigentlich ein stabiler Name. Ich glaube auch. Und wenn es den nicht gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es den zumindest ab, äh, ab heute gibt und dass der auch bei uns auftauchen wird. Mhm, mhm, ziemlich sicher, ziemlich sicher. Herzlich willkommen auf jeden Fall. K, wie geht's dir eigentlich? Mir geht es, äh, mir geht es fantastico. Wenn alles so läuft, wie ich das möchte, müssen wir nicht bis zum 22. warten, bis wir unser Auto, bis wir unser Auto abholen können, sondern wir können das heute schon abholen. Ja, ich hab ja von dir auch schon ein Flexbild bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht, ähm, dass du mir eigenständig ein Bild geschickt hast. Ich meine, du kriegst es ja nicht mal hin, den Leuten von deinem fucking Schreibtisch, äh, mit den Süßigkeiten und Käse ein Bild zu machen, aber ich krieg ein Bild von draußen. Da muss ich mal kurz Prioritäten klarstellen. Ich bin was Besseres als ihr, wollte ich grad sagen. Das ist auch richtig. Da mach ich ja auch keinen Hehl draus. Das ist ja nicht so, als ob das irgendwas wäre, was ein Geheimnis ist, was jetzt hier so groß ist. Ich habe das Bild gemacht einfach nur, weil ich dir, ähm, weil ich, weil ich, äh, weil ich, äh, dir zeigen wollte, dass, äh, dass ich noch nicht mal in der Lage bin, Bilder zu machen. Ja, das ist erstmal das und Isa hat wirklich, äh, Isa ist auf dem Bild einfach eine menschliche Zwiebel. Also die hat wirklich, die hat wirklich Schicht über Schicht hat die an, ja, und, und, ähm, und flext, Karl flext auf jeden Fall mit seinem neuen Auto schon in meinen, in meinen DMs. Ja, das ist richtig. Ist auch ein Diesel, auch. Ist ein Diesel, oh Gott. Ich habe, äh, ich bin hier, ich habe hier eine eigene Partei gegründet in Estland und zwar heißt die Partei zur Verbesserung des Klimas in Irland und, äh, da werden nur Diesel, Dieselfahrer zugelassen und unser Ziel ist es, ähm, eher kurz als langfristig im Sommer 28 Grad hinzubekommen. Oh, nice, nice. Das finde ich ja schon mal ganz angenehm und, ähm, apropos angenehm, ich habe gestern, du hast ein neues Auto, ich habe gestern von Carhartt eine Box bekommen und ich wusste nicht, was es ist. Warte, ich schicke dir aber gleich ein Bild, damit du, damit du es sehen kannst, damit du zumindest beschreiben kannst, was es ist. Ähm, und zwar habe ich, habe ich von Carhartt, das wusste ich gar nicht, dass das, ähm, dass es sowas gibt, ein gigantisches Hundebett bekommen. Oh, was? Ich dachte erst, ich dachte erst, es ist ein großes Kissen, aber dann dachte ich, nee, das ist ein Hundebett. Ein Carhartt-Hundebett? Das ist das Carhartt-Hundebett, das ist dieses riesige Camouflage-Ding, was ich dir gerade auf Instagram, äh, auf WhatsApp geschickt habe. Und es beinhaltet auch einen Hund. Uh, ha! Das ist riesig einfach. Das ist einfach wirklich riesig. Es geht da auch so unter. Es ist halt, am Anfang war es ein bisschen problematisch, weil du hast halt nur den, wenn du dann, wenn du dann, ähm, er sich da reingesetzt hat, warte mal, ich schicke dir noch ein Reinsetzbild, dann wusste er auf einmal nicht, wo seine Füße sind, weil die so, weil die da versinken, so, warte hier, das ist so ein Reinsetzbild. Man sieht vielleicht, wie tief das dann ist und ist dann so umgefallen einfach. Ist dann einfach so, ist dann einfach so gestürzt. Es ist, also wirklich, äh, keine Ahnung. Also Grüße gehen raus auf jeden Fall. Ähm, ich, ich, äh, freue mich immer über so Sachen. Und warte mal, was wollte ich noch? Ich wollte aber gar nicht das, das zeigen. Ich wollte mein, ich wollte das Bild von gestern hochladen ins Discord. Wir haben noch einen Discord.jg slash stay. Und da unten im Themenbereich, da steht Themen und dann Allman Arabica. Da haben wir so eine riesige, da haben wir so eine riesige, äh, Samsorium an Leuten, die dann da auch nochmal was reinschreiben oder so. Aber jetzt schreibe ich, jetzt muss ich erstmal hier, äh, was war denn das? Der Elfte? Ja, der Elfte, Zwölfte, 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 Zwölfte. Von dem orthopädischen Hundebett. Orthopädischen Hundebett. Warte mal, stay. Und, äh, als Spoiler markieren, damit die Leute nicht gespoilert werden. Orthopädisches Hundebett. Ja, das, das ist, äh, äh. Auch gut. Das ist orthopädisch. Ja, es sieht auch, da wird der Nacken auch gut überstreckt, gerade. Ist so, ist so. Und, äh, sieht sehr gemütlich aus. Ist wirklich so, ist wirklich ein orthopädisches Bett. Das hat sogar eine eigene, ähm, wie nennst du das, eine eigene Matratze da drin. Ah, Mensch. Ja. Was nicht alles gibt, was nicht alles gibt. Aber ist gut für schwere Hunde. Ja, ist gut für die, ist gut für die Wirbelsäule. Mhm. Ja, bringt natürlich nichts, wenn die, wenn die, wenn die Bastarde im, im Bett schlafen. Aber für hier unten bringt es was. Ja, ja. Lass uns mal über weirde Tweets lesen. Ich hab mich heute Morgen wieder so ein paar weirde Tweets gesehen. Äh, einmal von Antonia, von Reeft. Alter, ich hab noch nie was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nicht mal im Entferntesten irgendwelche Berührungspunkte mit dieser Frau. Aber sie ist fucking riesig geworden auf Twitch. Und ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, wieso. Die muss so eine andere Zielgruppe abholen. Denn ich hab auch keiner Form, ich kann das nicht mal, ich, ich hab keine Ahnung. Hast du irgendeine, hast du mal mit der gesprochen oder so, irgendwas? Nee. An Reeft TV, also die ist ja, die ist ja auf, das ist ja auf unserem Niveau, äh, Zuschauerzahlentechnisch. Und ich hab keine Ahnung. Madeira, ne? Also die, die hat den. Madeira? Ja, die ist ja auf Madeira. Ach, die ist auf Madeira. Ach, ich hör da immer irgendwas. Die ist auf Madeira. Ach, die ist, äh, im Unge-Camp. Ich glaube, die ist mit, 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 äh, überschaubaren Zuschauerzahlen nach Madeira gezogen. Mhm. Und, äh, ist jetzt, ist, ist jetzt, äh. Ah, hier, ein Video von Unge, ähm, ein Bild von Unge. Okay, dann stimmt das anscheinend. Ja, ja, sehr weit oben. Ne, eine der erfolgreichsten Streamer, äh, Rinnen da draußen. Und, äh, und, äh, ich, ich hab bislang noch wirklich nichts von der Kontrolle. Content-Technisch mitbekommen. Gar nicht, ja. Gar nicht. Das jetzt keine Wertung oder Abwertung sein soll, sondern ich habe, die ist einfach nur komplett unter meinem Radar. Ich, ich krieg die immer nur mit, wenn die bei, ähm, unsympathisch und Co. in den Video als Meme auftaucht. Das ist natürlich auch, wie er irgendwas komisches sagt, ne? Und da sagt die meistens immer sowas Dummes auf einem, auf einem Trimax, auf einem Trimax-Level. Ja, sowas wie, ähm, äh, ach so, ach ja, stimmt, jetzt weiß ich, was ich meine, so von wegen, wie, Freitag muss man arbeiten? Ja, ja, genau, so, so auf dem Level, wo, wo du dich halt fragst, so, wie weltfremd kann eigentlich eine, eine Person sein? Und ist auch schon ein bisschen, bisschen dumm. Ich habe, grundsätzlich muss ich da vielleicht mal an die, an, wobei dumme Zuschauer, Zuhörer hören hier gar nicht zu. Aber wenn man ein bisschen dümmer ist, dann erstens weiß man das ja nicht. Und zweitens, und zweitens ist man, glaube ich, insgesamt einfach glücklicher, wenn du ein bisschen dümmer bist. Ich sag dir das, wie es ist. Ach, ich wünschte, ich wäre dümmer. Ich auch. Oder sagen wir so, ich wünschte, ich wäre noch dümmer, so. Ja, ich auch, Mann. Ich wünschte, ich wäre, ich wünschte, ich wäre sackdumm, wirklich. Ich wünschte, ich wäre sackdumm. Wirklich einfach mal, also, oh Gott, mir keine Gedanken machen und einfach mal auch mal so ein Xing-Chan-Song in die Runde werfen, so. Einfach mir keine, einfach die Gedanken sind freimäßig, einfach wirklich, oh, das wäre so schön, sich keine Platte zu machen, ey. Ja, das hat auch, guck mal, bei mir ist zum Beispiel diese, ich arbeite derzeit an einem Impuls, an einer Impulsbekämpfung, weil sowas ist, sowas ist sehr, sehr schlecht und ich nutze auch diesen Podcast wieder dazu, um das, um das ein bisschen gerade zu biegen. Ich bin so, ich bin so ein News-versessener, ich bin so ein News-versessenes Stück Müll. Ich, ich gehe morgens, ich bin ich morgens, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke noch nicht mal in meine, meine Business-E-Mails rein. Das Erste, was ich mache, ist, ich gucke derzeit, wie sieht's aus mit, mit Corona-Zahlen. Dann klicke ich drauf, ob es irgendwelche Interviews dazu gibt. Dann gucke ich den Wieler an, diesen Lügner vom Robert-Koch-Institut. Dann gucke ich, ob, ob, dann gucke ich beim Twitter-Account von Drosten. Und das ist nur SARS-CoV-2, das ist nur Covid. Da habe ich noch nichts anderes weltpolitisch mitbekommen. Politik ist wirklich etwas, das ich aus meinem Leben eliminieren wollen würde und auch echt ein bisschen dümmer werden. Ich habe, ich würde mir einfach gerne weniger einen Kopf machen. Ich wäre einfach gerne mehr isolierter, noch isolierter, als ich so schon bin. Ich würde gerne einfach, ich würde gerne einfach mein Ding machen und würde einfach sagen, ja, mein Gott, was passiert da, wo, wo, wo ist gerade irgendwie 500, 550 Leute gestorben, 400, 480 Leute, also, ja, gut, kriege ich nicht mit, ne. Ich würde gerne einfach mal mein Ding machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Leute damals einfach entspannter waren, entspannter waren, weil sie nicht alles mitbekommen haben und weil sie sich auch mal nicht gekümmert haben. Da war es halt relevanter, wann eine Schlachtung war im Dorf, ne, eine Schlachtung, wann mal wieder so eine Hausschlachterwurst gemacht wurde. Das war relevant. Und das verbindet für mich auch ein bisschen so melancholische Retro-Gedanken mit Wünschen, wie ich mit Sachen umgehe. Aber ich kann auch nicht. Es geht ja auch gar nicht. Du kriegst ja alles mit. Ich glaube, der größte Vorteil am Dummsein ist, dass dich es auch deutlich weniger interessiert, wenn andere Leute dumme Sachen machen. Also ich habe so einen Sensor und wenn der ausschlägt, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Wenn ich dumme Sachen mitbekomme oder allgemein Dinge mitbekomme, die ich nicht verstehen kann und dann automatisch als dumm einordne, dann flippe ich aus. Dann bin ich wirklich an einem Punkt, dass das mein Leben beeinflusst, weil ich dann nicht aufhören kann. Und ob das jetzt im Freundes- oder Verwandtenkreis ist, spielt keine Rolle. Ob das im Internet ist, im Internet, also auf Twitter und so, da geht das vollkommen. Also mein Gott, da gucke ich halt gar nicht. Das interessiert mich gar nicht, was die Leute da so schreiben. Aber so allgemein habe ich kein Verständnis. Ich habe zum Beispiel kein Verständnis dafür, wenn Leute Maßnahmen kritisieren. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn Leute irgendwie die Schulen auflassen wollen. Und jetzt ganz aktuell mit dem Weihnachtsfest, da habe ich einfach kein Verständnis für, wie sich Leute auf die Barrikaden stellen können und mir erzählen können, wie wichtig doch Weihnachten ist und wie wichtig es ist, das Weihnachtsfest mit der Familie zu feiern und da mit 25 Leuten am Tisch zu sitzen. Ich verstehe es nicht. Ich werde es auch nie verstehen. Das ist einfach... Scheit drauf, Digga! Ja. Scheit drauf, Digga, jetzt mal. Was ich auch nicht verstehen werde, sind Waffengesetze. Ich möchte... Da möchte ich mal ganz kurz mit dir drüber sprechen. Was ist deine Einstellung zu scharfen Schusswaffen? Braucht doch keinen Schwanz, Alter. Oder? Jetzt mal ehrlich. Dazu brauchst du den scharfen Schusswaffen, Alter. In einem... Also nicht nur nicht in Deutschland, sondern in Europa. So, ich meine, wozu? Wer? Warum? Wir haben in... Da haben bewaffnete Milizen in Minnesota haben so ein Parlamentsgebäude, wie dieser Reichstagssturm von den Corona-Leugnern. So in etwa sah das aus. Nur, dass die alle bewaffnet waren. Und da war eine Reporterin vom Y-Kollektiv, ist übrigens eine mehr oder minder wirklich wieder unnötige Reportage gewesen. Und die haben das Gebäude gestürmt mit Vollbewaffnung. Und dann wurde die gefragt, ja, aber wenn ihr doch da gar kein... Also wenn das doch nur ein friedlicher... ein friedlicher Gebäudebetritt war, wieso waren ihr alle bewaffnet? Und das Antwort darauf kam, ja, weil wir können. Und ich denke mir so, das ist genauso sturköpfig und dumm, oder das wirkt auf mich genauso sturköpfig und dumm, wie die Leute, die immer noch sich gegen ein Tempolimit aussprechen auf deutschen Autobahnen. So, du bist versessen aufgrund von irgendwelchen... Du bist versessen aufgrund von irgendwelchen Dingen, von denen du der Meinung bist, dass sie nötig sind, um deine Freiheit ausleben zu können. Und das hat einfach nichts mit Freiheit zu tun. Was hat denn auf der Autobahn draufdrücken mit Freiheit zu tun? Und was hat denn bitte eine scharfe Waffe mit Freiheit zu tun? Wo ist das denn Freiheit, wenn ich hier eine Waffenlager haben kann, um einen Weltkrieg zu führen? Ich glaube, das sind einfach so Gesellschafts... so Dinge, die in der Gesellschaft halt so lange schon da sind, dass du sie nicht mehr ändern kannst, weil Leute das mit ihrem Kompensations... also womit sie Scheiße kompensieren. Also dir geht's scheiße, du drückst mal auf der Autobahn drauf, dir geht's scheiße, du feuerst mal eine automatische Kalaschnikow ab oder halbautomatische, weißt du? Es gibt Leute, die tatsächlich damit ihr Hobby gefunden haben und ich denke, dass du denen das nicht mehr wegnehmen kannst. Also ich gehe übrigens auch noch felsenfest davon aus, dass wir niemals das Tempolimit einführen werden. Wir werden das niemals schaffen. Es wird nicht funktionieren. Dafür ist das zu deutsches Kulturgut. Das ist es tatsächlich. Das ist ja auch der Begriff. Das ist wie, als würdest du den Leuten ausreden, dass Bier nicht mehr beworben werden darf. Das kannst du nicht machen. Es funktioniert nicht. Das ist zu spät. Das ist einfach zu spät. Ja? Ja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich zu spät ist. Ich glaube schon, es ist zu spät. Ganz klar. Ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwann, und das ist wieder dieser Punkt, wo ich sage, wäre ich doch einfach dumm. So wäre ich doch einfach dumm und könnte sagen, weißt du was, ich kaufe mir jetzt einen Lamborghini und dann will ich den auch ausfahren. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Das wäre wirklich etwas, wo ich mir wünschen würde, dass ich die Gelassenheit hätte. Diese innere Gelassenheit, wo ich sagen kann, ey, wisst ihr was, juckt mich eigentlich alles nicht so wirklich, was hier passiert auf diesem Scheißplaneten und das mit dem Klimawandel, erst recht nicht. Weil der ist nämlich auch gar nicht menschengemacht. Hm. Lustigerweise möchte ich dich mit einer Situation konfrontieren, die ich gestern durchlebt habe und die ich auch heute wieder durchleben möchte. Und ich würde gerne wissen, wie du da reagieren würdest. Und ich kann da auch ganz offen drüber sprechen, weil die Person, die es betrifft, spricht kein Deutsch und die wird diesen Podcast niemals hören. Das hat sie nämlich in Irland ertragen, zugetragen. Mein Autoverkäufer ist ein Corona-Leugner. Ja. Ja. Oh, gut. Ja, sehr gut. Ja, mein Autoverkäufer ist ein Corona-Leugner. Im ersten Gespräch hat sich herausgestellt, dass wir so ein bisschen, Isa und ich natürlich beide mit Mund- und Nasenschutz bewaffnet und da drin hat man das eher nicht so ernst genommen mit Mund- und Nasenschutz. Also die saßen, das war eher so eine, ja so eine maskenfreie Zone da drin. Dann sind wir so ein bisschen auch, war es ja, da muss ich ja mal ein bisschen Smalltalk machen, ne? Ein bisschen Smalltalk mal, auch auf den Virus ist er dann zu sprechen gekommen. Da hat er gesagt, das wird ja alles ein bisschen hochgespielt in den Medien. Ich weiß nicht, ob das so stimmt mit den Zahlen überall. Und mit dem Test ist das auch so, wenn die das in den Mund reinpacken, den Stab, dann testen die nur auf irgendeinem Virus. Nicht auf Coronavirus, sondern nur auf irgendeinem Virus. Ich dachte, oh Gott. Oh Gott, er ist wirklich eine Leugnung. Oh Gott, er ist wirklich, er ist wirklich. Und dann kam gestern die Situation, wo ich wirklich überfordert gewesen bin. Und zwar habe ich gestern bezahlt, zum ersten Mal mit Scheck. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas mit Scheck bezahlt. ein Bankdraft, also ein Scheck abgegeben. Ein ziemlich nice Gefühl, muss ich sagen. Ich werde mehr mit Scheck zahlen jetzt in Zukunft, aber das nur am Rande. Ich stand jedenfalls da drin und hatte Mund- und Nasenschutz auf und war alleine diesmal ohne Isa. Und dann hat er gesagt, ach übrigens, hier drin brauchst du auch keine Maske tragen. Dann ist völliger Unsinn. Nimm die doch ab. Und? Ja, ich habe es abgenommen. Ich hatte tatsächlich schon mal, ich hatte ein Gespräch bei der Bank, wo sowas aufkam. Ich habe es nicht abgenommen. Tatsächlich. Ich hatte das schon mal. Die Aussage war, wenn sie wollen, können sie das hier drin auch abnehmen. Ja, so in etwa war das auch. So in etwa war das. Hatte ich jetzt nicht gemacht. Aber das ist so, das war so, vielleicht hat er, das hängt auch immer davon ab, wie es rübergekommt. Das ist ja so, da spielt ja der Ton und die Situation so eine entscheidende Rolle. Deswegen, keine Ahnung. Es war jedenfalls, wir waren zu zweit in diesem Büro, im Büro und ich hatte auch genügend Abstand und wir waren gerade so mitten im Gespräch und ich habe dem gerade 15.000 Euro in die Hand gedrückt und das war so eine schwierige, Hast du Hände geschüttelt? Nee, um Gottes Willen, das mache ich nicht. Das hatte ich letztens erst so eine weirde Situation. Pass auf, ich hatte letztens Service, Service für Auto, das heißt, du musst da irgendwann immer mal durchgucken, regelmäßig. Und beim Service bin ich da hingegangen und habe gesagt, ey Marner, ich hätte gerne auch, könnt ihr irgendwie auch gleich eine Reinigung machen, weißt du? Kostet das extra. Weil wenn ich gerade da bin und ihr seid irgendwie krass, dann macht doch gleich eine Reinigung. Macht doch gleich innen sauber. Richtig. Nichtsdestotrotz. Ich habe ein bisschen in den Mittelbereich geascht. Ja, ich habe im Hintergrund, ey, ich habe Auto, ich habe Hund im Auto, ey, das ist alles, sieht alles immer aus, als wäre absolutes Chaos. Ich habe letztens, letztens hin und die Tür aufgemacht und habe sofort wieder zugeschlagen, weil es zu viel Chaos war. Und nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz war es so, dass ich dann gesagt habe, okay, ja, lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, ich komme am nächsten Tag wieder. Ich dachte, okay, was soll ich sagen? Service dauert drei Stunden, Reinigen dauert eine halbe, so nach dem Motor. Also bin ich am nächsten Tag wiedergekommen, stellt sich raus, stellt sich raus, es gab ein Absprachenproblem, weil die nicht genau wussten, was sie sauber machen sollen. Und das war auch nicht das Problem, aber das Problem war, dass ich bereits für die Reinigung bezahlt habe, aber fünf Minuten später mir gesagt wurde, dass es nicht gereinigt wurde und ich das also umsonst bezahlt habe. Und dann wurde ich so ein bisschen unangenehm, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich meinen Stream so machen würde, wie sie hier, dann würde ich aber auch arbeitslos werden. Kennst du so Leute, die sowas sagen? Ja, selbstverständlich. Wenn ich meine Arbeit machen würde, so wie ihr hier, dann würde ich aber auch nicht mehr arbeiten. Hast du immer, wenn du auf Twitter, ich habe ja eine feste Zeit, zu der ich den Stream starte, Gnade mir Gott, wenn ich auch drei Minuten zu spät bin, dann habe ich direkt drei wütende Mittelstichter, die sagen würden, also wenn ich so arbeiten würde, wie du streamst, dann wäre ich morgen arbeitslos. Ja, 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 genau. Und nichtsdestotrotz war die unangenehme Situation, jemand, der mir, also das war halt einfach so, oh ja, jetzt hat ja irgendwer umsonst bezahlt und dann gab es so eine sehr komplizierte Rückbuchung und so, es war sehr nervig und dann hat jemand gesagt, ja, wir Entschuldigungen sind alle dafür und so und im Rahmen dieser Entschuldigung, ja, dann entschuldigen Sie und dann reicht mir jemand die Hand und ich so, sag mal, wollen Sie mich einfach verarschen oder was? Ich stehe voll maskiert, sie aus wie ein verfickter ABC-Mann und sie geben mir ihre Schmutzelfinger hin. Also habe ich dann abwehrend meine Hand hochgehoben, also so wie so Abstand bitte, so von wegen, als würde so deeskalierend jemanden, als würde so jemand auf dich zukommen und das Erste, was du machst, ist so einen Schritt zurückgehen und die Hände so vor deiner Brust hochnehmen und dann so sagen, nee, 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 bitte. Und das war dann die Lösung des Problems, aber in so einer Stresssituation hätte ich fast einen Griffel in meinem Griffel gehabt. Das war sehr unangenehm. Da wäre ich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hätte dem da auch die Hand geschüttelt, ich bin ganz ehrlich, ich bin so einer, der da überfordert ist. Zwischenmenschliche Interaktionen überfordern mich. So gerade wenn sie awkward sind und gerade wenn das so eine respektable Person ist, wie in dem Fall und wenn die dann kommt und mir die Hand entgegenreicht und ich stehe da so... Und ein Autoverkäufer. Ja, und ich so 21, 22, 23, okay, einschlagen. Und dann stehst du da, hast die ganzen Scheißviren an der Hand. Du musst dir erst mal wieder die Hände waschen, so eine Kacke. Was hältst du eigentlich davon? Ich habe sehr, sehr viel Feedback, ja natürlich aus der Corona- wann-ist-es-endlich-vorbei-Szene. Und viele sind froh, wenn das mit dem Maske tragen, weil wieder vorbei ist. Und ich muss dir wirklich sagen, dass ich wirklich der Meinung, der felsenfesten Überzeugung bin, dass wir mit dem, was wir durch diese riesige Kacke, die sich Corona nennt, lernen können, ist, dass wir uns in Zukunft deutlich besser gegen alle möglichen Grippevirenwellen schützen können, wenn wir uns an Hygienestandards halten. Ich werde... Ja? Sorry, ich sprich weiter. Also, was ich damit sagen möchte ist, Hände waschen und wenn man sich ein bisschen kränklich fühlt, eine Maske tragen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln auch mal eine Maske tragen, wenn man COPD hat, ist, glaube ich, etwas, das wir gesamtgesellschaftlich mitnehmen können. Ähm, ich möchte... Ich habe das auch schon mal ein paar... Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal erwähnt in der Öffentlichkeit, im Stream jetzt, in diesem Zusammenhang. Ich werde nie aufhören, wieder eine Maske zu tragen, weil ich das mega geil finde. Ja, ich auch. Also, das mega geil finde, ist eine sehr subjektive Sache für mich, weil für mich bedeutet das nochmal ein zusätzlicher Anonymitäts-Layer. So, ich enjoy das mega. Also, was bei mir das meiste, was nervt, ist, das meiste, was nervt, ist, dass ich eine Brille trage dann und dann läuft die an. Das ist doof. Aber da überlege ich allgemein gerade, eigentlich bin ich dagegen, aber ich weiß nicht genau, wegen Augenlasern, weißt du? Wegen Augenlasern. Mal so ein bisschen reinlasern. Mach ich niemals. So ein Strahler. Ich habe auch, ich bin auch so, oh, ist es das wert? Ist es das nicht wert? Ist ein invasiver Eingriff so? Ist es, das ist nur so ein bisschen Komfort? I don't know. Nichtsdestotrotz, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich maskentechnisch, das ist doch mega, mega, mega krass so. Nicht nur, nicht nur, dass du dich ein bisschen davor schützt, oder dass du dich davor schützt, in diese, diese, also vor Krankheiten oder von Infekten in irgendeiner Form, von Leuten, was Leute aushusten oder irgendwo an, an, an dich weitergeben, sondern du hast halt auch noch mal einen zusätzlichen Layer von, von, von Mummungen, ja, was ich halt sehr enjoye. Wirklich, gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist mir jetzt eigentlich relativ scheißegal, ob mich hier irgendeiner sieht. Ich glaube, die meisten, also in Irland, der Einzige, den ich vielleicht kennen könnte, ist Toro, so, der mir, der mir immer im Weg laufen könnte und mich kennt. Oder bist du nicht dieser, bist du nicht dieser Karl? So, das passiert hier einfach nicht. Ist auch vorher nicht passiert. Selbst in Berlin, wurde ich, glaube, in, in, in fünf Jahren Berlin so zweimal angesprochen und dann auch beides Male wegen Summoners Inn und Hand of Blood. So, bist du nicht der von Hand of Blood? War, war einmal, war eine der beiden Interaktionen, Das passiert jetzt übrigens dem, 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 na, dem Splatterman passiert das jetzt auch wieder häufiger. Ja, das ist dieses, ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen auf solche, über solche Content-Maschinen, weil da habe ich auch wieder was Neues gelesen. Ähm, aber ich, ich, ich enjoy es einfach, meine Mitmenschen zu schützen, wenn ich mich ein bisschen kränklich fühle. Ne? Ich glaube so eine, ich glaube, wir werden in Zukunft, wenn wir, wenn wir, also das wird, das wird auf jeden Fall so sein, weil ich glaube, es gibt super viele, die das genauso sehen wie ich oder wie wir. Ähm, und deswegen werden wir auch die, die, die zukünftig auf uns zukommenden Grippewellen deutlich besser managen. Finde ich nice. Hm. Also ich werde, ich werde die wahrscheinlich nie aufhören zu tragen und, äh, das finde ich ganz, finde ich ganz okay, da kann man ja jeder, da kann ja, ich, vielleicht würde ich auch gut finden, wenn dieses asiatische, diese asiatische oder, ähm, ostasiatische Methode damit reingenommen wird, nämlich, dass man, dass einfach gängig ist, Maske zu tragen, wenn man rausgeht. Weißt du, auf jeden Fall würde ich das vielleicht gar nicht so schlecht finden. Oh, mein Hund schnarcht schon wieder so laut, das gibt's gar nicht. Kann man denn so laut auf diesem Card-Bad schnarchen? Das gibt's doch gar nicht. Naja, ähm, nichtsdestotrotz würde ich das vielleicht gar nicht so schlecht finden, aber, ähm, für mich steht das schon fast fest. Und wir werden die ja, wir werden die ja eh nicht so schnell los. Das heißt, es bleibt noch ein bisschen Eingewöhnungszeit das ganze nächste Jahr. Ja, naja, das ist absolut richtig. Ähm, ich, 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 ähm, was wollte ich denn sagen? Ich habe was gelesen, über, ähm, über den neuesten, äh, Influencer-Star, der gesucht wird. Und zwar diesmal, wieder von Instinct, äh, diesmal ist es der, lass mich nicht lügen, ich suche gerade. Ja. Hier. Äh, äh, äh. So. Hier, ich schicke dir das mal und du kannst direkt würgen, wenn du Bock hast, okay? Okay, wenn ich will. Deine Reaktion ist, wenn du willst, kannst du würgen. Das, das, gebe ich dir im Vorhinein. Hier. Was ist das denn? What the fuck? Was ist denn der, nee, warte mal. Ich will keine, ich will nicht. Alter, dieses Cookie-Ding, ne, das fuckt den ja so ab. Meine Güte, Alter, was ist das denn jetzt hier? Next Mobile Gaming Hero, powered by Google Play. Ich muss sagen, Instinct hat wirklich weirde Placements. Placements. Also es gibt eine Menge Leute, die Placements haben in Form von Content-Synergie, die das dann halt einfach platzieren, aber Instinct hat diese anderen Placements. Instinct ist so Red Bull Gaming Hero. Der Red Bull Gaming Hero, es werden, es wird ein, ein, ein Streamer gesucht, der für Red Bull, äh, gegen in, äh, der für Red Bull streamen soll und in, in, in Energydrinks bezahlt werden soll und Kühlschränken. Nicht befristet aber. Befristet, befristet, ist ganz, ganz wichtig. Und man muss auch umziehen dafür. Das ist auch wichtig. Richtig. Mobile Gaming Hero, powered by Google Play. Du brennst für Mobile Gaming und YouTube ist dein zweites Zuhause, dein Smartphone hält, zählt zu jedem, baa, baa, baa. Wir, Instinct Free, suchen mit unserem Partner Google Play den next Mobile Gaming Hero. Also ich verstehe den ganzen, ich verstehe den ganzen Scheiß nicht wirklich, warum auf einmal so viele Placements gemacht werden, um Leute eine Karriere zu geben. Ich verstehe es auch nicht. Ich, ich, so funktioniert das doch gar nicht. Also du wirst einfach nicht, du, du, ich gucke mal gerade das YouTube Video an hier. Mobile Gaming, YouTube ist dein zweites Zuhause. Okay, das ist einfach nur so ein, so eine PowerPoint Präsentation. Zeit dich auszudrungen, ein Job wie kein zweiter. Hier steht es, ein Job mit einem, in Klammern, zunächst befristetem Arbeitsplatz. Das ist doch genau der gleiche Lachs wie bei, ähm, das ist doch genau der gleiche Lachs wie bei Red Bull. Mhm. Aber du gehst doch nicht, du kündigst doch nicht deinen Job und fängst da an, deinen Traum zu leben, damit du, damit du von, von Hand of Blood gepusht wirst. Das ist doch genau das. Ja doch, aber genau so ist es. Und das ist, das ist ziemlich, das ist ziemlich schlau. Also, also aus Unternehmenssicht. Aus Unternehmenssicht. Ja, ist es. Folgendes, ich glaube, das Konstrukt ist so aufgebaut. Du hast einen Partner wie Google Play, ja, und der sagt, ich möchte ein bisschen Mobile Gaming pushen und das möchte ich bei euch machen. Also gebe ich euch Kampagnen Summe X. Kampagnen Summe X steckst du jetzt in die Bezahlung von einer Vollzeitkraft über ein Jahr. Ja? Und dann stellst du einfach irgendjemanden ein, den du ein Jahr durch den Partner bereits voll finanziert hast und dann guckst du einfach, ob du den nach vorne pushen kannst. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann, ja, dann halt nicht. Deine Chance, um durchzustarten. Wir suchen eine Person, die Spaß daran hat, sich kreativ auszuleben und all ihren Content Ideen nachzugehen. Vor Ort in Berlin Spannung wird es dir außerdem möglich sein, dich direkt mit Influencern wie Hand of Blood zu einer deiner Ideen auszutauschen. Das ist doch, come on, das ist doch Bauernfang hier. Das ist doch buchstäblich der Begriff von Bauernfang. Also, erst mal glaube ich nicht, dass sich da Leute aktiv bewerben, weil ich, doch, das, was? Doch, ich glaube, da bewerben sich Tausende. Nee, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Werde ich einen Arbeitsvertrag erhalten? Ja. Hierbei handelt es sich zunächst um auf ein Jahr befristete Festanstellungen bei Instinkt. Die genauen Vertragsdetail werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens. Ich hoffe, da werden die. Nee, da sage ich lieber nicht zu viel gerade. Das geht nicht. Sonst kriege ich auch noch eine Unterlassungsklage. Wie kannst du dich bewerten? Alles, was wir brauchen, ist ein Bewerbungsformular. Sollte ein Bewerbungsvideo zu denen sein. Erzähl uns, warum du ausgerechnet Next Mobile Gaming Hero werden solltest. Also, ich verstehe das nicht. Also, ich habe gerade deine Erklärung gelauscht und selbst mit deiner Erklärung verstehe ich das Ganze nicht. Muss ich für die Stelle umzielen? Gegebenenfalls ja. Ja, nee, was heißt gegebenenfalls ja? Ja. Ja, wenn du nicht in Berlin Spandau wohnst. Wenn du in Berlin Spandau wohnst, dann musst du nicht um. Wie kannst du dich bewerben? Warum solltest du dich bewerben? In der Rolle als Next Mobile Gaming Hero. Also, ich muss sagen, ist denn diese Red Bull Sache, hat dir das irgendwas gebracht? Ich habe nichts von mitbekommen, gar nichts. Das ist nicht in meiner Wahrnehmung. Das war doch dieses Red Bull Instinct 3. Das war doch irgendwas. Mensch. Traumjob zu vergeben. Red Bull sucht Gaming Content Creator. Hier hat jemand geschrieben. Auf der offiziellen Webseite möglich. Hier, hier, hier. Meine Auswahl bestätigt. Warte mal, wo ist denn das? Nee, Alter, das gibt's gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, ob das vielleicht komplett gescheitert ist oder so. Also, ich habe davon nichts mehr mitbekommen, außer die, der Bewerbungsaufruf, den Bewerbungsaufruf. Den habe ich mitbekommen. Hier steht irgendwas mit Hand of Blood, aber wenn man auf die Seite geht, dann wird, äh, mit Raven Zeit. Hä? Wer wird der Red Bull zockt 100 Content Creator? Es geht in die nächste Runde. Hä? In die nächste Runde? Was ist denn mit der letzten Runde? Was ist denn mit denen? Verzögerungen wegen, wegen Covid. Olivia, Jonathan bleiben bei drei Runden gegen mehr als 200 Mitarbeiter durchgesetzt. Felix Nier? Und es ist ein Level geschafft. Das Casting in die Red Bull Arena in Leipzig. Was ist das? Einen Tag lang hatten die Kandidaten die Chance, sich persönlich vorzustellen und die Jury von sich zu überzeugen. Es wurden vier knackige Aufgaben und niemand geringer als Raven Zeit und Red Bull Athlet Adrian Mattern auf sie. Aber kein Problem, alle performten und zeigten eindrucksvoll ihre Skills. Hä? Hä? Was ist das? Warte mal, ich guck mal hier. Checkt unsere vier Finalisten aus. Die haben, ach, die haben alle Twitch. Warte, ich geh mal auf deren Twitch-Account. Sag mal, gib mir mal die Links. Hier, 5000, lol? What the fuck? Hä? Hier, das ist der, äh, Alter, ich bin grad ein bisschen, ich bin grad ein bisschen irritiert. Den einen kenn ich sogar. Also den kenn ich, weil der ein Zuschauer bei mir ist. Ähm, den Namen hab ich zumindest schon mal gelesen. Und das ist jetzt hier so Red Bull Gaming Content. Felix? So? Ja, das ist ja großartig. So, was haben wir noch? Johnny Papa? 1,2000, Mensch, meine Güte. Was ist das denn hier? Olli, me? Was sind das? Haben die jetzt alle ein Red Bull Placement oder was? Ne, haben sie nicht. Logitech? Auch noch nie gehört. Siehste? Man lernt immer neue Leute kennen hier. Olivia ist auch am Start. 200 Follower. Also. Wir gehen hier gerade sozusagen die Kandidaten durch, die bis jetzt irgendwie ins Finale gekommen sind. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, habt ihr nichts verpasst. Habt ihr nichts verpasst? Ist, ähm, ich weiß auch nicht genau, was jetzt hier das Ziel ist. Instagram, Instagram, Instagram. Ist das irgendwie so eine Werbekampagne oder so? 700 Follower. 300 Follower. 200 Follower. Konto ist privat. 46 Follower. Oh Gott, ja. Läuft, läuft gut. Der eine ist raus. Auch raus. Wer ist raus? Auch raus. Okay, der eine ist drin. Der Gewinner ist für mich Philo. Philo 1337. Weil der folgt mir, der folgt mir überall. Der folgt mir auch raus. Der folgt mir auch überall, glaube ich. Der ist ein großer Fan. Ja, geil. Geil. Cool. Kann man machen. Kann man machen. Ja, also ich kann euch schon mal, ich möchte jetzt hier keine Träume zerstören, aber... Doch, doch, eigentlich schon. Eigentlich will ich schon Träume zerstören, Karl. Lass mich Träume zerstören. Okay, dann zerstöre ich heute Abend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts gibt. Und selbst wenn ihr neue Red Bull Gaming Hero, Streaming Hero werdet, werdet ihr dann ein Jahr irgendwo festangestellt sein und dann wieder... Das ist schon nicht mehr das Konzept übrigens. Das ist schon nicht mehr das Konzept. Das ist das schon was anderes anscheinend. Darum frage ich mich ja auch, was jetzt hier los ist. Was ist denn jetzt los? Kriegt der Gewinner jetzt einen Kühlschrank in den Hintergrund oder was? Weiß ich nicht, aber das Mobile Gaming Hero ist ja noch, ist das Neue. Das ist ja das Neue. Ich bin mir ganz... Ich bin mir nicht sicher. Es wirkt wie Phishing for Influencers. Es wirkt wie der verzweifelte Versuch. Ja, wie finden wir noch knackige neue Influencer? Ich verstehe das aber nicht. Wir brauchen keine knackigen neuen Influencer. Wir haben genug Influencer da draußen. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich wollte gerade sagen, da werde ich jetzt mal nächster Punkt gegeben. Warum muss doch nicht jeder beschissene Influencer sein? Kann man auch mal Handwerker werden? Oder Gatswasserscheiße machen oder so? Oder geht schon dir in die Arschlöcher? Oder macht irgendwas mit Bildung? Aber werde doch nicht beschissener Influencer. Ich kann euch wirklich sagen, die Studienjahre waren die besten meines Lebens. Man geht studieren. Und das Ding ist, Scheiße auf Arbeitserfahrung oder so ein Kack. Aber wenn ihr einen Studienabschluss habt, das kann euch keiner nehmen, Mann. Kann euch keiner nehmen. Ihr werdet überall mit Kusshand genommen. Wie der René auf dem Bau. Ja, genau. Handwerker. Handwerker braucht das Land. Handwerker. Aber das ist wirklich komisch. Es ist eine komische Kampagne. Vielleicht kann das irgendwer klären oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Das wirkt wie dieser Rouge-Mantel aus PR, der irgendwas schönreden soll, was eigentlich nichts mit Talent zu tun hat. Zumindest nicht ohne die gehörige Portion Glück. Und glaub mir, wenn es andere Influencer braucht, damit du einigermaßen groß wirst und dann trotzdem abstürzt, dann hat das nichts, absolut gar nichts damit zu tun, dass man da Fähigkeiten hat, die man trainieren kann. Dass man in irgendein Camp reingehen kann. Dass man irgendwie lernt in irgendwelchen 1-1-Gesprächen. Entweder du bist ein lustiger Motherfucker und so bist du halt auf die Welt gekommen. Das Leben hat dich geformt. Oder es ist viel zu spät, sich irgendwie einen drauf runterzuholen, dass man es lernen kann. Also hört endlich damit auf, diese Scheiße, die wir machen, als Karrierechance zu sehen. Weil das ist keine fucking Karriere. Das ist, bist du so geboren? Hat dich das Leben so geformt? Findet dich irgendwer witzig? Naja, nein oder ja. Wenn ja, hast du vielleicht Glück und kannst es machen. Wenn nein, such dir einen richtigen Job. Die Leute gehen auch immer von diversen falschen Annahmen aus. Und zwar überbewerten sie technisches Equipment. Man geht, lass mich das ein bisschen erklären. Und vielleicht kannst du, du hast ja deutlich mehr Expertise im Streaming-Bereich als ich. Vielleicht kannst du das bestätigen oder da deinen Input nochmal geben. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass sich ab Newcomer viel zu sehr auf ihr scheiß Equipment fokussieren. Und dass das auch irgendwie jetzt in diese Branding-Geschichte mit übergeschwappt ist. Weil, was ich damit sagen will ist, ob ihr jetzt jemanden ein 200.000 Euro Gaming-Zimmer dahin stellt oder nicht. Entscheidend ist, ob da Montana Black sitzt oder eben nicht. Und nicht, ob der da in einem 200.000 Gaming-Zimmer sitzt. Montana Black kann sich in einen scheiß 4 Quadratmeter Zimmer setzen und kann da streamen und begeistert die Leute. Das Equipment macht nicht die Zuschauer-Bereitwilligkeit. Du überbewertest technisches Equipment. Die Leute, bevor sie überhaupt anfangen, gehen sie davon aus, dass sie erst erfolgreich werden können, wenn sie die fette DSLR und das fette Mischpult und das fette Equipment haben. Und das ist gar nicht nötig. Denn man kann Influencer oder man kann nicht lernen, Leute zu begeistern. Das ist etwas da, du kannst sehr viele mediale Ausbildungen machen. Mediengestaltung zum Beispiel. Dann hast du Ahnung, wie du dein Hi-Hi-Ha-Ha gut einstellst. Aber ist auch nicht wirklich nötig. Ich mach mal einen passenden Vergleich meiner Meinung nach. Stell dir einfach vor, du guckst ein YouTube-Video. Stell dir vor, du guckst ein YouTube-Video von einem supergeilen Typen. Dann spielst du keine Rolle, ob du den in 480... Also spielst du in diesem Form keine Rolle, ob du das in 480p oder in 1080p guckst, weil der supergeile Typ halt immer noch unterhaltsam ist und du ziehst es dir deswegen rein. Wenn aber derjenige, den du nicht guckst, also du schaltest ja nicht ein, weil die Qualität so geil ist, sondern du schaltest ein. Es gab so eine Zeit mal, das gab es auf Twitch, ganz klar. Aber mittlerweile ist das einigermaßen egal. Du schaltest nicht ein wegen der Qualität der Übertragung, sondern du schaltest ein, weil du interessant und lustig findest, was die Person dahinter macht. Wobei man aber sagen muss, dass der Standard, der durchschnittliche Standard von der Qualitätsstandard auf Twitch und auf jeder Streaming-Plattform unheimlich hoch ist. Und der Grund, warum Leute das machen, was du gerade gesagt hast, ist einfach nur, um sich anzupassen. Also es gibt aber genauso gut mega erfolgreiche Leute, die halt einfach mit einem Headset-Mikrofon da sitzen und halt super uprenten. Alle US-amerikanischen Streamer, die in den letzten Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren durchgestartet sind, sind durchgestartet in ihrem scheiß Kinderzimmer mit Wichs-Qualität. Gerade wenn du Comedy machen willst oder so, wenn du in den Just-Shitting-Entertainment-Bereich rein willst, dann wollen die Leute immer noch, und das hat sich nicht geändert, seit es YouTube, broadcast yourself, seit es YouTube gibt, gilt es, eine Alternative zum Fernsehen zu bieten. Es gilt eine Alternative zu diesem hochprofessionellen, aufgeblauschten, aufpolierten Fernsehscheiß. Und die Leute wollen, ich hasse den Begriff, aber die Leute wollen Realness. Die Leute wollen jemanden sehen, mit dem sie sich identifizieren können, wenn es in diesem Just-Shitting-Bereich ist. Und du kannst dich einfach nicht mit jemandem identifizieren, der ein 200.000-Euro-Gaming-Zimmer hat, weil das unerreichbar ist. Und guckt euch mal bitte auch im deutschsprachigen Just-Shitting-Bereich um. Guckt euch da um, wer da mit 300 bis 600 Average-Zuschauern streamt. Die haben Studios da, die preislich von dem reinen Wert des Equipments alles wegfickt, was ich hier rumstehen habe. Und ich hab schon teures Equipment. Fickt einfach alles weg, Alter. Hier synchronisierte Anlagen, Nanoleaves, Philips Hue-Lichter, perfekte Elgato-Ausleuchtung von allen Ecken, 18 Bildschirme, 19 PCs, 13 Mäuse und 12 Tastaturen. Da ist einfach alles auf dem Top-Level. Und die sitzen da und haben nichts zu erzählen. Und vergessen, dass es eigentlich nicht darum geht, wie du ausgeleuchtet bist bei dem, was du erzählst, sondern es geht darum, was du erzählst. So, das ist entscheidend. Lass uns mal über die neuen Twitch Terms of Service sprechen. Ja. Du hast es vorhin angesprochen. Es gibt neue Regeln. Die neuen Twitch Terms of Service oder angepasste Regeln. Nämlich im Rahmen von Harassment und sexueller Belästigung hat Twitch die, sagen wir mal, die Scharniere noch mal ein bisschen nachgeült und hat sich da ein bisschen neu positioniert. Und die treten ab 22. Januar in Kraft. Das heißt, man hat jetzt noch Zeit, sich an diese Sachen zu gewöhnen. Ich gucke mal, dass ich sie finde gerade. Aber du kannst ja schon mal deinen Senf dazu abgeben. Aber ich such sie mal. Ich habe sie schon. Wenn du sie willst, kann ich sie dir zuschicken. Ja, schick mal rüber, bitte. Schick mal rüber, bitte. Ich schicke sie dir rüber. Warte mal, weiter. Schick mal, weiter. Ja, also, es ist zusammengefasst. Haben sie, was haben sie gemacht? Also, Harassment und Hateful Conduct war schon immer verboten auf Twitch. Genauso wie Sexual Harassment. Aber jetzt haben sie das noch mal ein bisschen aufgesplittet. Also, früher war, glaube ich, alles Harassment. Jetzt gibt es, ab 22. Januar, gibt es Harassment, Hateful Conduct und Sexual Harassment als separate oder separat definierte strafbare Vergehen. Und das ist im Endeffekt sehr, sehr gut, weil es geht darum, dass Minderheiten geschützt werden, dass Menschen geschützt werden. Und das auch, und das muss man so sagen, dass auch Frauen geschützt werden, besser geschützt werden, als das jetzt der Fall ist. Wenn du zum Beispiel die ganze Zeit jetzt im Chat bist und du sagst so, ui, Mebo, guck mal, du bist aber ne Hübsche. Und dann sagt die Streamerin, ey so, ey, oder der Streamer, ist ja völlig egal, sagt dann so, ey, das ist mir unangenehm, lass das. Und du hörst nicht auf. So, dann ist das ein Grund, von der Plattform ausgeschlossen zu werden. So permanent. Tatsächlich, ja. So nicht nur, nicht so, okay, bislang, was mich an Twitch immer so ein bisschen gestört hat, bin ich auch ein bisschen ehrlich, hat auch was mit Faulheit zu tun. Eine sehr rare Form der Kritik. Ich finde, permanente Ausschlüsse von Usern, so plattformübergreifende permanente Ausschlüsse von Usern sind schwer herbeizuführen. Was daran liegt, dass keine Kapazitäten vorhanden sind, das zu bearbeiten. Also sagen wir, du hast einen Zuschauer und ich will jetzt bewusst ein sehr, sehr extremes Beispiel und dieser Zuschauer ist auch CEO von einem Startup-Unternehmen und schreibt dann die ganze Zeit in deinen Chat, äh, 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 Ching-Chang-Chong. Ching-Chang-Chong. Oh Gott. Du schreibst das die ganze Zeit in deinen Chat und dann gibst du ihm Permabahn, dann finde ich, sollte es eine, wobei das auch wieder so eine Sache ist, dass es wahrscheinlich schwer umzusetzen ist, aber ich persönlich würde die ganz gerne direkt reporten können. So, und ich würde dann auch gerne sehen, dass diese Leute permanent ausgeschlossen werden. Weil wenn du dich so daneben benimmst, Alter, und in Richtung Rassismus oder sexuelle Belästigung oder wirklich strafrelevante Dinge von dir lässt, was keine Seltenheit ist, wenn du polarisierend im Just Chatting-Bereich unterwegs bist, ich brauche schon Morddrohungen im Twitch-Chat bekommen. Natürlich sind das keine, die jetzt ernst zu nehmen sind, aber alleine von dem Ausformulieren des, ich schlag dir den Kopf ein und sowas, wenn wir uns mal sehen, das ist etwas, das solltest du nicht ungestraft schreiben können. Und das solltest du auch, also das sollte zumindest dazu führen, dass der Account zumindest gelöscht wird, auch wenn das, wir wissen es beide, keinerlei, keinerlei ernsthafte Auswirkungen auf irgendwas hat. Also ernsthafte Auswirkungen, ich meine Konsequenzen, die nachvollziehbar sind, aber sowas sollte man schon irgendwie ahnen können, ja. Ja, und das soll jetzt wohl besser werden. Des Weiteren ist es auch, wird ein erhöhtes Auge darauf geworfen, ob jemand seine Zuschauer mobilisiert, eine andere Person oder einen anderen Kanal zu überschwemmen, mit was auch immer, da sollte man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Also hier steht übrigens etwas drin, wo ich dich einfach nochmal fragen will, gerade im Zusammenhang mit der steigenden Popularität der Querdenker-Situation. Es gibt ein paar Updates zu der Harassment beziehungsweise zu der Sache bezüglich im Umgang mit geschichtlichen Ereignissen. Hier steht jetzt, Claiming that the victim of a well-documented violent tragedy is a crisis actor or is lying. Damit steht die Leugnung des, also damit steht die Leugnung von beispielsweise vom Holocaust jetzt unter Permabahn-Strafe. War vorher auch schon der Fall. War es schon vorher? Weil hier steht es als Neuerung drin. Nee, nee, nee. Wurde jetzt nur nochmal direkt mit reingenommen, weil das wohl zugenommen hat. Aber wenn du on-stream den Holocaust geleugnet hättest, dann wäre das auch vorher schon Permabahn gewesen. Weil es ja eine Straftat ist in Europa. Ja, in Europa gibt es ja europäisches Recht, dass du gewisse Genozide nicht leugnen darfst oder nicht verharmlosen darfst. Und das ist auch auf Twitch ein Permabahn gewesen. Aber jetzt darfst du es halt auch nicht, jetzt darfst du es halt international nicht, auf der ganzen Plattform. Ja, das ist für Amerika vielleicht jetzt eine Neuerung. Weil in Amerika ist es ja scheißegal, ob du den Holocaust leugnest oder nicht. Die sehen das ja ein bisschen mit einer anderen Distanz. Die Frage ist jetzt aber auch, Claiming that the victim of a well-documented violent tragedy bezieht sich das auch auf das, also ich meine, violent tragedy ist jetzt halt eine ziemlich schwierige Formulierung. Auch George Floyd zum Beispiel. Wenn du bei dem Mord an George Floyd gesagt hättest, so, ja, der hat's verdient, der Straftäter. Ja, ich gehe davon aus, dass es auch in die Richtung ginge. Und was ist mit Corona? Corona leugnen sollte in meinen Augen ein Permabahngrund sein. Es gibt ja derzeit den Fall, dass Samuel Eckert auf Twitch seine Corona-Tour überträgt und mit anderen leugnenden Akteuren wie Bodo Schiffmann oder diesen Markus Heinz, diesen Anwalt da, live-streamt und teilweise über tausend Zuschauer hat. Also es ist schon viel, ne? Gibt keinen Grund, warum das nicht, warum sowas toleriert werden würde. Ja, vielleicht fällt es ja im Zusammenhang der Interpretation dieser Regelung ganz klar unter die Well-Documented Violent Tragedy. Ich weiß es aber nicht genau. In diesem Zusammenhang sollte man einfach mal gucken, ob da Interpretationsspielraum gelassen wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass solche Kanäle nichts auf dieser Plattform zu suchen haben und dass die so genauso, wie sie von YouTube ausgeschlossen werden, auch von Twitch ausgeschlossen werden sollten. Da fordere ich in Ausnahmefällen auch den permanenten Ausschluss. Und das, denke ich mal, ist nur eine Frage der Zeit. Ja, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Die werden alle Permabahn, ne? Ja, ja. Die Frage ist, wann kommt die eine Person, die einen Report schreibt, der gut genug ist? Weil das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Wenn du Mitarbeiter bist bei Twitch und im Security-Team arbeitest, dann musst du mit dem arbeiten, was dir reported wird. Und wenn dann da ein Einzeiler drinsteht, Samuel Eckert ist Kacke, dann nimmst du das und dann schließt du das direkt wieder, wenn du es überhaupt aufrufst. Das ist einfach die traurige Wahrheit. Du musst deine Reports gut ausformulieren. Und du musst da schlüssig argumentieren. Und du musst es den Mitarbeitern von Twitch so leicht wie möglich machen, das Problem zu erkennen. Und dann musst du es nachvollziehbar dokumentieren können, dass dieses Problem tatsächlich existiert. Und wenn das der Fall ist, dann wird da auch agiert. So, es gibt immer wieder diesen Irrglauben, dass nur weil ein Stream mit Reports überworfen wird, es automatisch zu einem Bann kommen muss. Nein, stimmt nicht. So, die Anzahl der Reports mag nervig sein, aber unterm Strich geht es darum, ob da einer dabei ist, der nachvollziehbar erklärt, was da passiert ist. Und es auch beweist. So, das ist der entscheidende Faktor, Alter. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meinen Augen sollte das auch mittlerweile in Richtung Straftatbestand gehen. Ich habe da juristisch kein Fundament, aber wenn ich einen Virus verharmlose, wenn ich, es ist doch so, wenn ich 600 neue Todesfälle jeden Tag leugne, wenn ich leugne, dass das passiert, wenn ich verharmlose, dass das wegen des Viruses passiert, dann muss das doch ein Straftatbestand sein. Wir sind mittlerweile bei 30.000 Neuinfektionen. Wir haben die, wir haben, wir haben eine neue, neues, neue, heute, also heute, der 11.12.2020 ist in Deutschland ein neuer Topwert, sowohl, also Topwert ist ein sehr zynischer Begriff dafür, einen neuen Höchstwert von Neuinfektionen und von Todesfällen. Also, ich weiß, was du meinst, das ist halt ein sehr heikles Thema. Ich denke aber auch, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir nicht mehr davon sprechen können, dass wir Leute, die jetzt noch mit dieser Argumentation vor dich treten oder in die Öffentlichkeit treten, dass man die schützen kann und schützen sollte, weil wenn wir nach einem Jahr dieser Situation, der globalen Pandemie, ein Jahr globale Pandemie, immer noch jemanden haben, der das, der das so durchzieht oder der das meint, so durchziehen zu müssen oder der das so verargumentiert, dann sollte man von Konsequenzen sprechen und ich begrüße Konsequenzen in dieser Form auf Plattformen, die ihre Terms of Service straffen, sehr. Ich habe das auf YouTube sehr begrüßt, dass Leugnungskontent gelöscht wurde oder dass das im Löschungsradius liegt, je nachdem, ob sie es sehen oder nicht. Das hängt ja immer davon ab. Ja, es wird sicherlich immer irgendwas existieren, aber die Leugnung von das Corona-Widerstand so und so ist ja auf YouTube auch schon nicht mehr möglich. Da wird dein Video dann einfach down genommen und ich würde es begrüßen, wenn das in diesem Zusammenhang auch auf Twitch passiert. In der Regel ist Twitch da relativ flott, was die Terms of Service angeht. Vielleicht sollte man da nochmal nachjustieren, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, muss man, muss man. Für mich gibt es keinen, wie gesagt, für mich gibt es keinen Grund, warum sowas akzeptiert sein sollte. Man darf sowas nicht akzeptieren. Was ich mich frage, ist Hateful Conduct. Da steht nochmal spezifisch was mit Emotes drin. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht hast du es besser verstanden. Emotes are an important part of how we communicate. Ja, bla, 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 bla. Also Emote-Kombinationen, die zusätzlichen Text oder Chat in den Chat machen. Also Kombinationen von Emotes, die sozusagen als Hateful Conduct gesehen werden, sorgen jetzt dafür, dass der Kanal gesperrt wird? Das ist richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell dir vor, stell dir vor, um das zu verdeutlichen, was damit gemeint ist. Oh, das ist ja insane, Alter. Stell dir vor, stell dir vor, du machst einen Tag nachdem einen Zwischenfall wie der von George Floyd sich ertragen hat. Du gehst live und dann hast du, und das ist jetzt Worst Case, drei neue Emotes hochgeladen. Einen mit einer Waffe, einen mit einem weißen Polizeibeamten und einen mit einem random schwarzen. Herzlichen Glückwunsch, weißt du? Das ist kein Meme. Das ist, dann nutzt du die Emote-Funktion, um dich darüber lustig zu machen, um Hass zu verbreiten. Oder Hass zu verbreiten ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, weil wir sprechen hier immer noch über das Internet, wo die meisten in Flaschen pissen und hinter den Worten nicht viel liegt, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Also du kannst, es gibt Möglichkeiten, Emotes sehr, 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 sehr zweckfremdlich einzusetzen. Und dass das jetzt härter geahnt wird, finde ich auch, finde ich super. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Es gibt ja auch, da sprengen wir nicht nur von einem saftigen Hakenkreuz oder so. Wenn du ein Hakenkreuz hochlädst als Emote oder das nutzt oder sonst irgendwas, dann bist du halt am Arsch. Aber es gibt ja auch Kombinationen, die dann unmissverständlich eigentlich eine Message senden. Das ist halt insane. Ich muss das mal sagen. Darum habe ich die Frage gestellt, denn ich habe es auch so interpretiert. Gut, dass du das auch sagst. Für mich bedeutet das, dass der Kanalinhaber, der Emotes zur Verfügung stellt, in anderen Kanälen, dafür belangt wird, dass diese Emotes missbraucht werden. Und wir reden hier nicht von, dass Emote wird gelöscht, sondern wir reden hier von Ausschlüssen des Kanals. Das ist insane. Da muss man vorsichtig sein. Und vielleicht sollte da jeder Streamer noch mal genau seine Emotes durchprüfen, weil das werde ich auch tun. Ich werde sicherlich drei löschen müssen, weil ich glaube, dass die im Kontext einer, ich habe so ein Saarland-Emote, weißt du? Guter alter Inzest-Witz. Das werde ich, da werde ich sicherlich noch mal nachjustieren müssen. Da musst du dir keine Gedanken machen. Also das ist nicht der Fall. Du wirst jetzt nicht, wenn du, wenn du, gehen wir davon, guck mal, guck mal, dass das nicht der Fall ist, sollte klar sein. Gehen wir davon aus, dass es auf Frankas oder so, gibt es ja, gibt es ja mehrere Emotes von Polizeibeamten, ne? Ja. Und da wird auch ein weißer Polizeibeamter dabei sein. Ja. Und dann sagen wir, du bist ein schwarzer Streamer und du lädst dein eigenes Kapper hoch. Also dein scheiß Gesicht. Und da du schwarz bist, ist das halt das Konterfall von einem Schwarzen. Und dann spammen die Leute das, warum auch immer, Franker Face, weißer Polizist, weißer Polizist, dein Kapper, weißer Polizist, weißer Polizist. Weißt du, um etwas zu, um etwas zu, um sich über etwas lustig zu machen, so, so, und was dann darunter fallen würde. Dann wirst du, weil du das zur Verfügung gestellt hast, nicht gelöscht, sondern die, die es benutzen. Ja. Ah, okay. Das heißt, oh mein, oh mein Gott, what the fuck? Bruder, das ist, also, ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird. Uff. Uff. Also, I don't know. Mal schauen, mal schauen, was mit drin geht. Und hier ist auch etwas, was für uns nicht so relevant ist, aber was im Gesamtinternationalen, gerade in dem amerikanischen Kontext, krass ist, die konfederierten Flagge, displaying der konfederierten Flagge, ist verboten. Ja. Sweet home Alabama. Sweet home Alabama. Jetzt ist die Frage, die konfederierten Flagge im Stream sehen, ist das dann, fällt das dann darunter? Aber ich glaube schon, given it's a historic and symbolic association with slavery and white supremacy groups in the US, displaying the confederated Flag is prohibited. Das heißt, die ganzen Kekkonen-Nerds da draußen, konfederierten Flagge, ist ab sofort banable auf Twitch. Aber die sind die ab sofort, ab 22. Januar, banable. Ja, also es ist ebenso wie ein Hakenkreuz. Also eine Hakenkreuz-Flagge ist ja auch verboten. NSDAP-Parteiflagge ist verboten. All diese Nazi-Symbolik ist auf Twitch bereits verboten, per Terms of Service. Aber da spielt Kontext eine wichtige Rolle. Also wenn du dir eine Reportage anguckst und das ist eine Reportage über die Verbrechen des Nationalsozialismus und dann kommt da eine Hakenkreuz-Flagge oder du erklärst die NSDAP und zeigst eine Hakenkreuz-Flagge oder sonstiges. Oder das ist einfach eine Random-Reportage über whatever und da kommt eine Hakenkreuz-Flagge. Dann ist das kein Banngrund. Aber wenn du dir eine Hakenkreuz-Flagge in den Hintergrund hängst, weil du denkst dann der krasse Ficker zu sein und eine Message zu senden, dann wirst du perma-gebannt. Und so ist es auch mit der konfederierten Flagge. So die zu zeigen per se ist kein Problem. Aber damit eine Nachricht zu senden, wie das in Amerika, in den Südstaaten der Fall ist, so not welcome, so konfederierten Flagge, bitteschön, dann bist du am Arsch und dann kannst du gebannt werden. Und das ist auch für Streamer relevant, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein paar Kekono-Streamers da draußen gibt, die eine konfederierten Flagge in ihrem Studio hängen haben. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ist das der Fall? Ja, und dieses White Supremacist Groups in US displaying the Confederate Flag ist ja auch, der Ku Klux Klan ist ja auch ganz, ganz weit oben. Krass. Also neue Terms of Service auf Twitch auf jeden Fall, die ab 22. Januar in Kraft treten, da vielleicht nochmal drüber fliegen, auch, es ist nicht ganz, also es ist eindeutiger, ist aber noch nicht ganz eindeutig formuliert, zwei Probleme, die ich damit habe, ist, dass sie, dass sie auf der einen Seite sagen, Context matters, aber in den Beschreibungen drin steht, dass der Intent manchmal keine Rolle spielt. Also gerade in den Sexual Harassment Beschreibungen steht drinnen, dass sie sich auch Dinge angucken, wo klar ist, dass Banter zwischen zwei Leuten ist, aber dass der Intent halt keine, wenn der Intent keine Rolle spielt, dann könnte das eventuell auch zu Konsequenzen führen. Das steht so eins zu eins im Text. Ja, ist auch richtig so. Ist auch ein Grund, der Grund, warum man das da reinschreiben muss, ist, weil du ja, weil du ja in sehr, sehr vielen Ländern ist der Intent einer, einer verbalen, in meinen Augen sexuellen Belästigung immer entscheidend dafür, dass es keine Straftat, keinen Straftatbestand darstellt. Also, du siehst eine Frau auf der Straße und sagst dir, Mensch, du hast aber eine sehr einladende Kiste da hinten dran. So, dann kannst du das zwar zur Anzeige bringen, aber du wirst niemals in irgendeiner Form Erfolg haben, weil die Person sagen kann, ja Mensch, das ist ein Kompliment gewesen. So, man wird ja wohl noch ein Kompliment machen dürfen. Und Twitch möchte sowas absolut gar nicht, wenn es klar gemacht wird, von der Streamerin oder dem Streamer, dass das nicht erwünscht ist. Und deswegen müssen sie sowas machen, weil ansonsten fängt die Diskussion an. Ich zitiere das mal aus dem Dings raus, damit man das in den vollen, in die volle Situation einfließen kann. Und ich habe ein Problem mit diesem Satz. Ich habe ein großes Problem mit diesem Satz. Doch, ich habe leider ein sehr großes Problem mit diesem Satz. Das Problem ist nämlich, dass hier drin steht, dass wenn du, also unabhängig davon, dass es natürlich Grenzen übertritt, dass man Grenzen übertreten kann, bietet dieser Satz leider die Möglichkeit, die Oppression Olympics auf ein neues Level zu heben. Und ich habe den Eindruck, dass Zuschauer mittlerweile die Waffen, dass Terms of Service Waffen für Zuschauer sind. Nein. Dass Terms of Service, lass mich kurz ausreden bitte, dass Terms of Service in diesem Zusammenhang als Waffe genutzt werden und gezielt, Beispiel Papa Platte, genutzt werden, um den in Fallen zu locken, um einen Ausschluss zu provozieren, um immer wieder die maximal möglichen Grenzen zu formulieren, um es Twitch immer schwerer zu machen. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ihm die Subjektivität fallen zu lassen und objektiv zu sagen, okay, der hat das halt gemacht, der muss weg. Und damit habe ich ein großes Problem. Damit habe ich bei Forcen ein großes Problem und bei Papa Platte auch. Du hast ja, also das sind ja völlig andere, das hat ja, das sind ja, worüber du sprichst, hat ja nichts mit Hateful Conduct zu tun. Das hat ja nichts mit dem Inhalt, den du überträgst, zu tun, sondern dass irgendwelche Spinner Pornoausschmitte geschickt haben. Das hat ja auch nichts mit Hateful Conduct zu tun, sondern hier steht das als einleitender Satz. Ja, aber der wird ja nochmal näher definiert. And the new policy or safety team will look at the conduct of statements or actions in order to determine whether behavior is abusive or violates their guidelines, rather than relying solely on perceived intent. Genau, genau. Das bedeutet, es spielt keine Rolle in erster Linie, ob du das nicht so meinst, wichtig ist, ob du es aussprichst. Und da haben wir ja einen heftigen Präzedenzfall in der Vergangenheit, der Terms of Service technisch sehr, sehr viel Spielraum gelassen hat, dagegen zu argumentieren. Montana Black wurde gebannt, weil er, weil er, weil er sexuelle Belästigung hat weiten lassen und das übertragen hat. Und er hat mehrmals betont, ja, das habe ich ja nicht so gemeint, das war ja nicht so gemeint, das ist ja jetzt auch nicht so gemeint gewesen. Und da gab es viele Leute intern, die das genauso gesehen haben. Und deswegen ist genau so eine, so eine Formulierung in den Regeln, in den Policies super wichtig, dass es scheißegal ist, ob du ein netter Junge bist, der das nicht so meint. Wenn dein Verhalten daneben ist, dann wirst du gebannt, Punkt. Ob du das so meinst oder nicht. Du guckst dir an, ob deine Aussagen im großen gesellschaftlichen Bild nicht funktionieren. Und es spielt keine Rolle, ob du es in erster Linie so gemeint hast oder nicht. Sondern nur, ob du es gemacht hast. Und das ist super wichtig. Wenn du es nicht so meinst und kein Rassist bist und trotzdem die N-Bombe droppst, dann ist es scheißegal, ob du kein Rassist bist oder es nicht so meinst. Das ist halt ein sehr heftiger Vergleich. Den muss ich gleich mal, also nee, also natürlich ist es beschissen. Also den N-Bomben-Vergleich, den lasse ich dir nicht durchgehen. Tut mir leid. Also hier geht es nicht, wo lässt du mir den N-Bomben-Vergleich nicht durchgehen? Nee, du kannst nicht, weil es hier nicht darum geht, weil es hier nicht darum geht, ob die, dass du grenzwertige, rassistische Scheiße droppst und dann sagst, hab ich nie so gemeint. Darum geht es hier gar nicht. Das wird ja jetzt schon gerade geballt. Das ist ja überhaupt kein Problem. Hier geht es einfach darum, dass Intent not meant to be hurtful auch friendly banter sein kann. Dass Aussagen zwischen Leuten, die sich kennen, die auch gegenseitig keine Problematik mit Aussagen gegeneinander haben, wenn die öffentlich gewählt sind, sofort dazu führen können, dass einer von beiden oder Beile-Personen halt dafür ausgeschlossen werden und dass das nicht klar formuliert ist, wann das in Kraft tritt und wann nicht. Was muss man tun, damit man das vermeidet? Muss man das danach sagen? Muss man was davor sagen? Muss man eine Art Disclaimer davor setzen? Muss man das in einen Button packen? Muss man das beschreiben? Hier geht es nicht darum, dass du, wenn du grenzwertig rassistische Scheiße, sexistische Scheiße sagst, dann ist das klar, dass du dafür auf die Fresse fällst. Das ist aber auch jetzt schon so. Wie du selber gesagt hast, diese Ausformulierung setzt sich in meinen Augen aber nicht damit auseinander, dass das jetzt schon so ist oder dass irgendwas klargestellt wird, sondern dass neue Fragen aufgeworfen werden im Umgang mit wie ist denn das jetzt zwischen Content Creators? Wie ist denn das jetzt in solchen Lobbys? Wie ist denn das? Kann ich, wir hatten mal diese, es gab auch mal diese Mitashi und Kubu Situation, mit dem ich da habe ich, ich beschreibe die mal ganz kurz. Das sind halt zwei Leute gewesen, der eine hat den anderen fetten Idioten genannt und wurde dafür gebannt. So und ich, ja, das ist kein fucking Joke, der hat den halt irgendwie, ah nee, war anders, der hat den auf der Plattform, der hat den auf der Platte und fetten Mongoloiden genannt. Ja okay, das ist was anderes. Und da hat er, da hat er den halt, da hat er, da wurde er halt rausgebracht. Das Problem ist, dass in diesem Zusammenhang, ich, das in diesem, und ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt hat, ich glaube, das ist passiert. Er hat es aber auch, glaube ich, zu Wort zurückgenommen, dass diese beiden Personen, die das untereinander ausgetragen haben, halt keiner von den beiden das irgendwie scheiße fand, die, einer hat gemerkt, okay, er ist grenzübertreten und hat er auf die Fresse gekriegt und wurde dafür zwei Wochen ausgeschlossen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das der richtige Umgang damit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du konkrete Angst vor einer speziellen Situation, die für dich jetzt in Zukunft... Für mich ist das scheißegal. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Nee, allgemein meine ich, allgemein nicht. Ich meine ich für dich, wir beide sind cool mit den, mit den Regelungen, die da drin stehen. Ich frage allgemein, welche Situation, die kritisch sein könnte, siehst du aufkommen? Ich glaube, dass Montana Black diesen Terms of Service Update nicht überleben wird. Ja, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er schaffen wird damit. Und das finde ich absolut cool. Weißt du, warum ich das absolut cool finde? Und ich sage dir das wirklich, haben wir schon vor einem halben Jahr gesagt und vor einem halben Jahr war es noch weniger manifestiert in meinem Kopf, als es jetzt ist. Montana Black, selbst als, und ich bin Fan von Montana Black, ich finde Montana Black insane. Ich finde ihn lustig, ich genieße seinen Real Talk Content, nicht, weil ich mich daran intellektueller götzen möchte, sondern weil es immer gut ist für den Lacher. Aber in letzter Zeit, in den letzten Monaten, kam so viel grenzwertiger Scheiß, dass es mir unmöglich ist, da inhaltlich zu verteidigen. Und ich bin gut darin, Leute inhaltlich zu verteidigen. Da bin ich gut drin. Und es fällt mir schwer. Und der Mann braucht einen PR-Berater. Der Mann braucht jemanden, der keine Fischstäbchen für ihn in den Backofen schiebt, sondern der ihm sagt, du hältst die Fresse, du hältst die Fresse, du hältst die Fresse, du hältst die Fresse, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Du hältst die Fresse, wenn es um, wenn es um, 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 um Strip-Club-Besuche geht. Du hältst die Fresse, wenn es darum geht. Darum, das so einen braucht er. Und das meine ich nicht böse, sondern das, das meine ich auch nicht abfällig oder wertend oder sonst irgendwas, sondern ich finde, als, als 32-jährige Person, die Montana Black-Fan ist, fällt es mir immer häufiger in kürzeren Abständen schwer, inhaltlich zu verteidigen, was da gesagt wird. Und wenn man das in den Kontext seiner Zuschauerschaft setzt. Ja, sorry, sprich weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Dann hast du eine Gruppe von 13-Jährigen, die das adaptieren. Ich finde, dass der Anspruch der Verteidigung überhaupt nicht gegeben ist. Da muss man überhaupt nichts verteidigen. Das muss man genauso konsumieren, wie es gesagt wird. Ich glaube aber, dass wir hier davon sprechen, dass, wenn ich sage, und du stimmst mir in dem Fall zu, dass dieses Update ab dem 22. Januar zu dem unausweichlichen Ausschluss von weiteren Content-Creatern führt, dass ich ein großes Problem damit habe, wie Twitch mit Ausschlüssen umgeht und was das dazu führt und in welcher Position sich Twitch befindet. Ich habe überhaupt kein Problem mit Verschärfung von Maßnahmen. Ich habe aber ein großes Problem damit, dass Verschärfung von Maßnahmen auch bedeutet, dass die halt mit permanenten Ausschlüssen glänzen. Und ein permanenter Ausschluss von Twitch, du weißt es genauso wie ich, ist immer noch eine Existenzbedrohung, wenn du nicht gerade Montana Blick bist. Und es wird nicht nur, es ist nicht nur bedrohlich für ihn und seinen Umgang mit, seinen rhetorischen, und idiotischen rhetorischen Umgang, nenn es wie du willst, da muss man nichts verteidigen. Aber nichts, absolut gar nichts, in diesem Fall, in diesem sehr spezifischen, klar formulierten, neuen Fall, rechtfertigt da den Umgang mit, okay, das war der dritte Ausschluss, der nächste ist permanent Tschüss. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Da bin ich sowieso Gegner von. Das ist was völlig anderes. Aber das ist ja die unweigerliche Konsequenz davon, weißt du? Weiß ich nicht, weiß ich wirklich nicht. Also weiß ich in dem Fall wirklich nicht, weil wir haben ja jetzt schon gute Reaktionen von Twitch gesehen. Forsen ist jetzt ein bisschen ein Negativbeispiel, aber Papa Platte ist ja jetzt ein positives Beispiel. Also das war ja nur wirklich eine bewusste Falle. Und obgleich ihm angekündigt worden ist, dass der nächste Verstoß gegen diese Regelung zu einem potenziell permanenten Ausschuss führen kann, erfolgte hier gar keine Strafe, meines Wissens. Gott sei Dank auch. Und das ist richtig. Und das bedeutet, dass du eben auch diese Zuschauer so ein Stück weit und zwar wirksam entkräftest und entwaffnest. Und das ist cool. Nur bei Montana Black ist es so, dass ich von einem permanenten Ausschuss absolut nichts halte, bei gar keinem, weil damit, so ein permanenter Ausschuss ist für mich, du bist nur auf der Plattform und eine Person zu belästigen. So, du machst jeden Tag deinen Stream an und hetzt und rotzt über irgendeine andere, dort streamende Person oder einen YouTuber oder so und beleidigst den aufs Übelste, diskreditierst den, vergehst halt wirklich strafrechtlich relevante Taten, dann bann den permanent. Oder wenn du einen Attentat überträgst, bann den permanent. Weißt du, wenn du ein dummer Rassist bist, in jeglicher Form, ja. wenn du ein dummer Rassist bist oder deine Frau schlägst oder deinen Hund schlägst oder sonst irgendwas, dann bann das bitte permanent. Aber nicht, wenn du grenzwertige Scheiße von dir gibst. Aber Montana Blacks grenzwertige Scheiße ist an einem Punkt, wo ich sage, Bruder, da muss man auch wirklich mal jetzt drüber nachdenken, da mal dazwischen zu hauen. Also ich glaube, sorry, was? Ich weiß nicht, ich bin mir so, ich bin da so zwiegespalten. Weißt du, ich wünsche mir überhaupt keine Bands für irgendjemanden. Aber wann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, wo man zu der Erkenntnis kommen muss, ja Alter, wir haben jetzt so viel geredet und eigentlich sollte das doch jetzt verstanden sein. Oder? Ich verstimme, ich stimme, ich stimme zu. Ich stimme, ich habe aber selber auch eine Empfehlung, die ich letztens auch formuliert habe im Zusammenhang mit, mit Terms of Service Violations. Ey Bob, hey, komm mal auf bitte da rumzuknuspern. Warte mal, ich muss kurz meinen Hund ermahnen. Bob, hallo. Ja gut. Im Wohngang mit Terms of Service Violations, nämlich, wenn du erkennen kannst, und ich war an dem Punkt, an dem ich fast überschritten habe, wenn du erkennen kannst, wenn du in der Lage bist zu erkennen, dass dir, dass der nächste Ausschluss ein permanenter ist, dann lass es bitte nicht darauf ankommen, sondern geh. Und ich meine, geh auf eine Plattform, auf der du aufstreamen kannst, wo es nicht das Problem ist, dass du dann permanent, mit einem permanenten Ausschluss zu tun hast, damit du mit deinen Content Creator Kumpels noch rumhängen kannst. Denn das ist ein großes Problem. Das ist ein riesiges Problem. Das ist ja der Grund, warum wir beide uns gegen permanente Ausschlüsse aussprechen, im großen Fall. Weil du damit eine, weil damit etwas passiert, etwas ausgelöst wird, was unendlich viel an Konsequenzen, also die Konsequenz ist absolut gestört, das muss man vielleicht nochmal an Worte fassen. In einer Zeit, in der Internet-Streamer oder in Streamer allgemein sich in dem Kosmos bewegend über Jahre wachsend mit anderen Streamern vernetzen und alles mit denen eigentlich teilen, versorgt ein permanenter Twitch-Ausschluss nicht dafür, dass du deinen Kanal verlierst, sondern dass du jeglichen Kontakt abbrechen musst. Denn es ist, man sieht es bei Dr. Disrespect live, der hat keine Möglichkeit mehr mit Leuten zu interagieren, mit denen er standardmäßig interagiert hat. Man hat auch richtig das Gefühl, dass das wie ein synthetischer Schnitt ist. Und es ist so, lass das nicht so weit kommen, weil wenn das so weit kommt, hat das dramatische Konsequenzen, die sich auf deine Psyche auswirken kann. Wir reden hier von Leuten, die Harassment verteidigen, aber dann das maximale Harassment mit dem finalen Schnitt durchziehen. Denn die potenziellen Schäden, die potenziellen Schäden, die ein Twitch-Permanenter, wie ein permanenter Twitch-Bun für Streamer auf dieser Plattform auslösen kann, sind nicht nur nicht dokumentiert, sondern auch unendlich, unendlich das Potenzial an Schaden, dass das hinterlassen kann. Ich kann nicht mehr mit meinen Freunden reden, ich gehe das nicht mehr, so leid sie live sind, bin ich ausgeschlossen. Alter, ich halte nicht viel von, ich halte nicht viel von, von dem Vergessen von Leuten, was Leute gemacht haben. Aber ich nenne einfach mal das Beispiel von Skoros und ich glaube, der hat einfach idiotische Dinge gemacht und ist zu dumm einzugestehen, dass er die Scheiße lassen soll. Aber was der ertragen muss im Kontext seiner Bestrafung ist irrational, Alter. Es ist gut jetzt. Bruder, der Typ ist zwei Jahre raus, aber der wird nie wieder, der hat auch das Gefühl, der wird nie wieder irgendwas auf dieser Plattform machen können. Und das ist so fucking viel. Das ist zu viel. Das ist too much, Alter. Das darf nicht passieren und darum ist es so schwierig, da immer wieder, ach, ich weiß es nicht, jetzt habe ich mich ein bisschen selber einen roten Faden verloren, weil ich immer wieder in andere Themen abschweife. Aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit sagen will. Dieser permanente Ausschluss ist so viel mehr als nur, du darfst nicht mehr auf Twitch streamen, sondern es ist einfach, du darfst mit niemandem mehr zu tun haben, der auf dieser Plattform streamt, weil die streamen immer, du weißt es selber, Karl, wir kontaktieren, wir haben eigentlich nur Kontakt, weil wir über den Stream Kontakt haben und das hat dann so viel mehr gemacht. Und wenn wir das nicht gehabt hätten, Alter, dann würden wir hier nicht sitzen und würden nicht miteinander reden. Ja, ja, das ist richtig. Ich bin ja sowieso kein Fan von permanenten Ausschlüssen. Ich bin ja der Meinung, dass ein permanenter Ausschluss nur dann Sinn ergibt, wenn man sich wirklich krampfhaft dagegen weigert, Besserungen zuzulassen. So, ein 30-Tage-Ausschluss sollte eigentlich ausreichend sein, um der Person klarzumachen, holy shit, das hätte eigentlich permanent sein sollen und weil, du weißt es selber, 30 Tage im Internet, holy shit, wenn du da keine riesige Nummer bist, sind 30 Tage im Internet eine halbe Ewigkeit. So, wenn du Glück hast, kannst du dich davon erholen, aber es gibt auch Leute, die können das danach nicht mehr, weißt du? Sag mal, du bist so ein 300-Average- Just-Shitting-Streamer, wenn du 30 Tage bannt wirst, bist du dann weg. Also, ist halt so. Und das sollte eigentlich Ausschlag sein. Und wenn das dann wieder passiert und wieder passiert und wieder passiert und wir von einer großen Person sprechen, dann muss da auch mal ein bisschen von der Partner-Manager-Innen-Sicht interveniert werden, dann muss da mal ein Gespräch geführt werden, dann muss der Person klargemacht werden von jemandem, der eine Ausbildung in dem Bereich hat. Das ist ja auch wieder wichtig. Ich glaube nicht, dass viele Partner-Manager-Innen die Kompetenzen besitzen, den Leuten wirklich klarzumachen, um was es geht. Weißt du, was ich meine? So Kommunikationsfehler werden da gemacht. So den Leuten wird nicht ausreichend klargemacht, was hier, um was es geht und was gemacht werden sollte und was nicht gemacht werden sollte. Und wenn das dann wieder und wieder und wieder passiert, dann spricht man eben dann auch mal von einem 60-tägigen Ausschluss oder etwaiges. Es muss nicht permanent sein. Permanent ist für mich, permanent geht für mich nicht. Permanent ist für mich keine Möglichkeit, es sei denn, du überträgst einen scheiß Attentat oder hättest den ganzen Tag gegen Minderheiten. Also die ganzen Sachen, die wir vorhin besprochen haben in Form von hateful, also hateful conduct in dieser, was soll das? Was ist das Ziel? Leugnen von irgendwelchen Incidents, Violent Incidents, so immer mal wieder leugnen, dass das passiert ist. So dann, was soll das? Das hat aber auch nichts damit zu tun, was wir hier besprechen. Nee, oder sagen wir du, dein Stream besteht daraus, dass du dir Instagram-Accounts anguckst und die ganze Zeit sagst, was das für süße Mäuschen sind da und was die für einen geilen Arsch hat. Und dann gehst du in den Stream von der und die ist gerade live und du kommentierst das auch und sagst, ich soll ja mal aufstehen, die Maus. oder sowas. So das sind alles Dinge, wo ich sage, das ist so unendlich unangenehm. Da gibst du einmal einen 30er und wenn das dann wieder passiert, dann schließt du den permanent aus. Punkt. Das ist vollkommen cool. Es gibt genug Gründe, jemanden permanent auszuschließen, aber ich sehe die nicht im Bereich der professionellen Content-Kreaturen. Weißt du, ich kann mir nichts vorstellen, dass du machen könntest on Stream, das einen permanenten Ausschluss rechtfertigt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Du bist jeden Tag Stunden live. Wir sprechen hier über Stunden, über Stunden, über Stunden an Content. Und selbst wenn ein Ausrutscher passieren würde und du wirklich jemanden aus dem Moment heraus, was ich nicht glaube, dass das passieren wird, aber die hypothetische Chance besteht, dass du jemanden komplett niedermachst mit Beleidigung. in der Vergangenheit gab es ja mal Momente, schwache Momente. Schwache Momente. Selbst wenn sowas passieren würde, würde ich nicht sagen, okay, das ist ein permanenter Ausschluss, sondern da gibst du dem halt 14 Tage und da musst du nicht mal ein Gespräch führen, weil du professionell genug bist, um zu wissen, okay, das ging nicht und das nehme ich hin und das ist cool und das wird nicht wieder vorkommen. Und das ist dann auch eine ehrliche Absicht, die ich jemandem abkaufen kann, wenn er professionell auf dieser Plattform unterwegs ist. Es sei denn, das passiert in regelmäßigen Abständen und du realisierst, dass diese Momente der Selbsterkenntnis entweder gespielt sind oder dass nicht das intellektuelle Fundament besteht, um das auch umsetzen zu können oder eine Breitwilligkeit, das umzusetzen. Und da bewegen wir uns in einem Bereich, wo ich dir leider sagen muss, Alter, bei Montano Black sehe ich tendenziell nicht die Bereitschaft oder die Bereitwilligkeit, sich selbst so zu ändern vor der Kamera, dass es gesamtgesellschaftlich tragbar sein könnte. Und das meine ich mit allem mir zur Verfügung stehenden Respekt. Und das ist wirklich etwas, das ich wirklich nicht beleidigend meine oder sonstiges. Aber Montano Black braucht einen PR-Berater, der ihm sagt, dass er von politischen Themen die Finger davon lässt. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gefragt, ob er einen haben will oder ob er nicht glaubt, dass er einen braucht, weil ich glaube, dass er einen braucht. Mehr hat das von Neint. Ich habe das mal gefragt, ja. Ja, es spricht gegen das Konzept eines authentischen Streamers, sich einen PR-Berater zu holen, aber nur im ersten Moment. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr realisiert man, dass das nichts mit einem authentischen Auftritt zu tun hat, wenn man einen PR-Berater hat, der einem sagt, von welchen Themen man die Finger lassen sollte. Es geht ja nicht darum, dass du in anderen Bereichen nicht mehr authentisch sein sollst oder dass du eine Maske aufsetzt, sondern es geht um die Vermeidung bestimmter Themeninhalte, die historisch, zumindest plausibel anzunehmen, in kritischem Content enden. Und da sind wir in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, Intent ist nicht böse gemeint, sondern er weiß es einfach nicht besser. Mein Hund hat sich, Karl, ich sehe das als klares Signal, dass wir zu lange aufnehmen, darum müssen wir langsam die Kalender rein. Und ich muss sogar jetzt los, weil wir um 11 Uhr müssen wir, also 11 Uhr meine Zeit, müssen wir da sein. Das ist viel zu lange. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir heute wieder... Wir machen die restlichen Kalender morgen auf. Oh Gott. Ja, okay, können wir machen. Das ist gut. Lass uns doch die restlichen Kalender morgen aufmachen, da müssen wir hier nicht rum... Wollen wir es so machen, dass wir als Entschädigung für die Bilder, die nicht gekommen sind in den letzten Tagen, zwiebel ich mir morgen zwei Pilsetten rein und mache ein Video davon. Ist das in Ordnung? Karl, bitte keine... Karl, du spielst mit unseren Gefühlen. Ich frage nur, ob das in Ordnung für dich ist. Ich sage nicht, dass ich das veröffentliche. Ich sage nur, dass ich dir das schicke. Ach so, ja gut, das mache ich gut. Das finde ich gut, du. Da finde ich gut, du. Da bin ich voll dabei, du. Also, wir skippen heute den Kalender auf, weil wir haben uns voll verquatscht. Heute eine reguläre Episode für die Leute. Für den ganzen Affiliate-Streamer da draußen, ehrlich, Alter. Also, ich würde sagen, wir lassen es jetzt hier dabei. Wir machen morgen zwei Kalendertürchen auf und dann gibt es erstmal keine Kalendertürchen, aber ihr habt eine riesige, lange Folge, die auch zu einiger Diskussion... Also, es ist wieder ein Diskussionsfundament. Das ist ja wieder... Das sind auch unsere... Wir hatten gestern die beste Folge, aber das sind auch sehr gute Folgen, die zu Diskussionsfundamenten führen, wo man dann einfach darauf aufbauen kann und sein rektales Meinungsmache-Objekt aufmachen kann und dann einfach eine Meinung irgendwo reinscheißt. Scheiß die doch in unsere Discord rein, discord.gg slash stay beziehungsweise im Themenbereich Alman Arabica. Da könnt ihr auch ein bisschen... Huch! Da könnt ihr auch ein bisschen mitmachen und Karl muss jetzt unbedingt das Auto abholen. Ich muss jetzt... Ich muss nicht das Auto abholen, ich muss da hin und muss eine Versicherung abschließen. Ja, besser ist. Und weil dann potenziell... Besonders wenn die Iser fährt, ne? Kann das... Eine Frau auch! Weil, wenn das der Fall ist und das bis heute Abend durchgeht, kann der Kaschkei heute Abend schon auf die Straße. Das wäre super. Naja, klar. Naja, klar. Es tut mir leid, wir sind verquatschen. Ich muss wirklich los. Wir sehen uns morgen. Wir hören uns morgen. Tschüss!